hallo meine lieben herzlich willkommen zu meinem ersten webinar ja ich habe natürlich schon einige andere webinare abgehalten und zwar insgesamt 40 stück bei einer vorigen firma und jetzt hat mir die ramona albrecht eine ganz andere qualität eine andere plattform ermöglicht und da bin ich ihr sehr sehr dankbar lichtbrücke ist ihre website du findest diese dann unter dem video weil ich in zukunft nur noch bei ihr die webinare abhalte eben weil es eine ganz andere qualität hat ja so herzlich willkommen bei meinem ersten und doch nicht ersten webinar heute geht es um etwas ganz spezielles lichtkörper aktivierung natürlich ist unser lichtkörper aktiv ganz klar nur wir können dem noch ein bisschen mehr ein schubser geben oder was heute noch so sein wird ist dieser lichtkörper bekommt eine kleine versiegelung das heißt nicht dass es sich dann nicht mehr verändern kann oder dass er eingeengt ist weil versiegeln heißt dann oft es ist schluss oder sowas nein ganz im gegenteil aber er ist dann wie ein bisschen mehr geschützt damit dass ich noch mehr entfalten kann und auf der geistigen oder energetischen ebene gibt es keine grenzen da könnt ihr versiegeln so viel ihr wollt es bringt wenig aber trotzdem wird da irgendwas so drüber gemacht und die geistige welt hat mir das so gezeigt wie wenn es ja ein bisschen versiegelt wird der eine oder andere von euch der schon mehrere webinare bei mir besucht hat ich würde gerne wissen wie du dich fühlst es kann nämlich sein dass du gestern schon vorbereitet worden bist auf dieses webinar heute und du vielleicht doch etwas gespürt hast oder nicht aber wie 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 fühlst du dich denn daumen hoch für okay oder sehr gut dankeschön leicht und voller freude da geht es dir gleich wie mir tippitoppi sehr schön ist auch da die petra ja ich heiße euch herzlich willkommen an die claudia heute gut okay auch für diejenigen die das dann in form von aufzeichnung anschauen kann auch sein dass du dich am vortag komisch gefühlt hast obwohl du noch gar nicht wusstest dass du diese aktivierung durchführst deine geist dein geistiges team weiß natürlich was du am nächsten tag tun magst mal so ungefähr und deine seele weiß es hundertprozentig und da kann es sein dass du eben schon vorbereitet worden bist und jetzt diese aktivierung durchführst alles geschieht im hier und jetzt so spielt es keine rolle ob du das in in zehn jahren machst oder heute oder ein paar stunden später nach dieser aufzeichnung es geschieht alles im hier und jetzt das ist für unseren verstand kaum oder gar nicht zu verstehen wie kann denn die vergangenheit im jetzt sein oder die zukunft im jetzt sein wie geht denn das das hat mir die geistige welt so erklärt dass du dir leichter tust du musst du musst es sehen du musst geistig sehen wie das hier und jetzt ist wie die vergangenheit und die zukunft im jetzt ist wenn du das geistig sehen kannst dann verstehst du auch wie alles im grunde hier und jetzt in der gegenwart geschieht und da bin ich schon bei einem wichtigen punkt das geistige sehen in der lichtkörper aktivierung wirst du mehr sehen können wirst du andere dinge sehen wirst du besser geschult werden können von der geistigen weil durch das geistige sehen wenn der eine oder andere jetzt aber von euch sagten ich sehe überhaupt nichts und bin ich deswegen im nachteil absolut nicht die geistige welt findet schon wege dir das eine oder andere zu zeigen und zu erklären und dann kommt es hat ein bisschen später zeit spielt keine rolle du bestimmst das tempo wann was in dein leben kommt und gewisse fähigkeiten sind einfach bei uns ein bisschen stärker ausgeprägt und die anderen weniger stark bei mir ist jetzt eben das hellhören intensivst ausgeprägt und später kam noch das geistige sehen hinzu und so weiter also es ist keiner benachteiligt ja okay es kündigt sich schon das erste channeling an das mache ich jetzt sehr gerne für dich du kannst während dem channeling die augen schließen oder offen lassen wie du magst okay die geistige welt empfiehlt die augen zu schließen damit da eben das geistige sehen ein bisschen geschürt werden kann okay gut schön ein herzliches grüß gott ich liebe diese begrüßung grüß gott grüß gott in dir grüß derjenige der du bist der dich ausmacht den du sein kannst in der lichtkörper aktivierung wird dir vieles noch bewusster vieles klarer das kann auch ein bisschen deinen menschlichen körper wie auch dein verstand fordern dass du das gefühl hast du stehst neben dir dass du das gefühl hast du kannst dich kaum oder nur wenig konzentrieren lass es da sein es ist vollkommen in ordnung es sind lichtkörpersymptome die geschehen nur damit du weißt was los ist wenn sie denn eintreten sollten aber was ist wenn mir die konzentration bei der arbeit fehlt keine sorge das geschieht nicht wenn eine gewisse konzentrationshandicap da sein sollte dann hat dieses meist nachts damit zu tun oder abends und wenn du abends arbeitest dann geschieht es morgens denn die geistige welt arbeitet dann intensiver in deinem geist und das tun sie nur dann wenn du dementsprechend zeit hast und keine bestimmte verantwortungen tragen musst und dann kann es passieren dass du dich unkonzentriert fühlst kann auch sein dass dir etwas schwindelig wird aber im größten teil von diesem erlebten wirst du ebenso tiefe freude empfinden können denn dies ist das naturell von euch menschen ständig in der freude zu sein ist gar nicht so einfach Sandra hat dieses auch ausprobiert und sie musste sich selber eingestehen dass es eine herausforderung ist für den menschen ständig die freude zu halten zu fühlen denn ihr seid es gewohnt immer wieder in schmerz oder leid zu gehen weil ihr es gewohnt seid so komisch das auch klingen mag aber du entspannst dich oft im leid und im schmerz weil du es wieder erkennst weil du dich darin sicher fühlst du hast dieses über jahrtausende ausgeübt und jetzt sollst du diesen schmerz und leid von heute auf morgen her geben das ist nicht möglich ich will nur damit sagen rüge dich nicht wenn du immer wieder in alte muster kippst diese alten muster lassen nach diese alten muster werden weniger und du wächst unter anderem mit der Lichtkörper aktivieren unter anderem mit der Lichtkörper der richtige ist und unsere die Tieren der Familien der die Ja, warum lege ich immer meine Brille ab zum Channeln? Es stört auf der Nase. Und ich liebe nun meine Brille, damit ich eben auch den Chat lesen kann. Und darum immer wieder dieses Auf und Ab. Wir starten mit den Karten. Schauen wir mal, was die Gruppe so benötigt. Oder was einfach so der Entwicklung dienlich ist. Engel des Rosastrahls. Engel der Liebe, könnte man sagen, durch die Lichtkörperaktivierung intensiviert sich bei dir gewisse Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, aber die Beziehung auch zu Tieren oder Pflanzen. Durch die Lichtkörperaktivierung wirst du, wie heißt das, mehr auffallen. Die Menschen werden dich vielleicht ein bisschen komisch anschauen, weil sie etwas an dir bewundern, aber nicht wissen, was es ist. Was hat mit deiner Ausstrahlung zu tun, mit dem Strahlen des Lichtkörpers? Und was ist eigentlich der Lichtkörper? Der Lichtkörper ist logischerweise auf dem menschlichen Körper und geht so ein bisschen unter die Haut. Die Seele, das ist das, was von innen nach außen strahlt und deinen Körper mehr und mehr ausfüllt und über die Haut strahlt. Und da treffen sich dann diese beiden. Es ist wie so eine Auraschicht, hat aber im Grunde nicht wirklich was mit der Aura zu tun. Und der Lichtkörper hält sozusagen den Körper zusammen. Stimmt natürlich nicht wirklich, aber so könntest du dir das vorstellen. Und der Lichtkörper ist heller als die Seele. Darum habe ich jetzt auch dieses Strahlen erwähnt, auf das dann deine Mitmenschen reagieren könnten. Er ist heller als die Seele und leichter als die Seele. Die Seele wiegt drei Gramm und der Lichtkörper noch weniger. Warum ist das so? Weil wenn du stirbst, dann geht zuerst der Lichtkörper weg und die Aura und sämtliche Schichten, die dich ausmachen und zum Schluss die Seele. Und die Seele ist das Schwerste. Also schwer, in Anführungszeichen. Die wurde wirklich mal gewogen. Die Seele, die wiegt drei Gramm circa. Meine ist sicher ein bisschen schwerer. Und dieser Lichtkörper, der wird jetzt ein bisschen heller durch diese Aktivierung. Und wir werden weiter größer. Dann kann es auch sein, dass du mehr Hunger hast. Aber dazu komme ich dann später noch. Ich werde dir jetzt ein paar Vorteile vorlesen. Ich habe die erst gestern erhalten. Ich muss das wirklich vorlesen, dass ich ja nichts vergesse. Die Vorteile vorlesen. Und es gibt auch zwei, drei Nachteile in Anführungszeichen. Das sind dann Lichtkörpersymptome, die du aber wissen solltest, weil wenn sie in dir auftreten, dann weißt du, was es ist. Und du kannst was dafür tun, dass diese Lichtkörpersymptome leichter nicht auszuhalten, leichter zu durchlaufen sind. Am besten wäre, wenn du so ein Lichtkörpersymptom spürst, verwende die Lebensblume, wenn du magst. Lege sie unter dein Kopfkissen, informiere Wasser damit, weil ich draufgekommen bin. Manche Menschen tun sich mit Symbolen leichter und andere mit Zahlen. Oder verwende ein anderes Symbol, das dich einfach beruhigt. Von den Zahlen her verwende die 1-1-1. Dreimal die 1. Die hat viel mit dem Kopf zu tun, also mit dem Kopfbereich und mit der Verbindung nach oben. Und es spielt sich einfach viel bei der Lichtkörperaktivierung auch in deinem Kopf ab. Und durch die 1-1-1 werden gewisse Lichtkörpersymptome dann abgeschwächt. Einen Liter Wasser davon trinken, reicht vollkommen aus. Gut, was sind die Vorteile, wenn du diese Lichtkörperaktivierung durchführst? Erstens wird die Verbindung zur geistigen Welt stärker oder klarer. Es wird auch die Kommunikation zu deinem Körper besser. Dann kannst du schon mal anders mit den neuen Bedürfnissen umgehen, den neuen Bedürfnissen, die dein Körper benötigt oder verlangt. Das wirst du dann schon spüren. Der eine oder andere schläft dann 8 oder 10 Stunden durch. Der eine beginnt etwas mehr zu essen. Ja, was soll ich denn überhaupt essen? Ich habe zwar Hunger, aber ich habe auf nichts Lust. Und dann kannst du besser mit dem Körper kommunizieren. Ja, was soll ich denn jetzt tun, damit ich dich befriedigen kann? Und das fand ich sehr interessant. Die Unterscheidungskraft wird gestärkt. Was ist Ego und was ist das Kollektiv? Und was bist du selbst? Weil viele von uns wissen dann nicht, ja, ist jetzt das das Ego? Ist das die geistige Welt? Ist das mein Körper? Oder ist das mehr auch immer? Und da ist die Unterscheidungskraft viel klarer. Die medialen Sinne werden intensiver. Da dann auch das geistige Sehen, auch wenn du in diesem Bereich vielleicht nicht so, dieses vielleicht nicht so ausgeprägt ist, kann es sein, dass es stärker wird. Oder das geistige Hören. Oder es wird mir gerade gezeigt, der eine oder andere von euch möchte wirklich ins Heilen reingehen oder sich zeigen, will sich zeigen im Außen und traut sich noch nicht so wirklich. Da bekommst du Mut. Oder es wird dir jemand an die Seite gestellt, der dich in diesem Bereich super gut unterstützt. Ängste werden weniger. Dadurch wird auch der Mangel reduziert. Der Mangel ist so intensiv bei mir im Augenblick. Mangel und Krankheit, diese beiden Dinge. Und wenn wir Mangel verändern können, Mangel an finanzielle Probleme, Mangel an Gesundheit, Mangel an was weiß ich, was es da alles gibt, wird dann beim nächsten Webinar Seelenkraftaktivierung, das findest du dann auch bei der Lichtbrücke oder unter dem Video, wird darauf eingegangen. Weil wenn du die Seelenkraft verstärkst, verlierst du auch gewisse Ängste und Mangel. So, nebenbei erwähnt. Dann, was ich noch so interessant fand, diejenigen unter euch, die auf Partnersuche sind. Ich sage immer, lass dich finden. Hör auf zu suchen. Aber ganz logisch, oder? Wenn dein Lichtkörper mehr aktiv ist, mehr zum Strahlen kommt, dann findet oder sieht der oder die andere dich natürlich leichter. Nicht nur auf energetischer Ebene, sondern natürlich auf irdischer Ebene. Dann ziehst du den anderen so richtig an wie ein Magnet. Kann sein, muss nicht sein. Die Tierkommunikation verändert sich. Ein kleines Beispiel. Ich war gestern oder vorgestern im Wald und da habe ich ständig eine Stimme gehört. Ständig hat da jemand mit mir gesprochen. Aber ich habe mich umgeschaut und da war niemand. Ich habe geistig geschaut. Ich habe normal mit meinen Augen geschaut. Nichts. Aber wer spricht denn da? Und dann hat es geheißen, jetzt setz dich mal hin und bleib stehen und ich zeige mich dir. Und dann kam da eine Biene geflogen. Und flog so vor meinen menschlichen Augen hin und her. Ich habe die gar nicht gesehen. Die war hinter mir, die war so klein. Also die Kommunikation wird intensiver. Da kannst du dich freuen, wenn du plötzlich Stimmen hörst. Du bist schon normal. Keine Sorge. Dann bitte auch dein geistiges Team um Unterstützung. Hey, komm, helf mir jetzt mal. Was soll denn das? Dann die Akasha-Chronik wird für den einen oder anderen vielleicht interessant werden. Oder einfach Dimensionsreisen, die intensiver sind. sich zeigen, ja, aber du kannst auch leichter in sie reingehen oder dich mit ihnen verbinden. Die Berufung erkennen und die Berufung Leben lernen. Wenn du die Berufung, deine Berufung oder Aufgaben noch nicht kennst, hat jetzt dann die geistige Welt wie auch das irdische Leben an sich mehr Möglichkeiten, dir das zu schicken, die gewissen Informationen, weil du offener bist, weil du mehr Energie hast, weil du bereiter bist für das eine oder andere. Es ist egal, um was es geht. Du bist einfach bereiter für deinen nächsten Schritt. die Erfahrungen werden intensiver, das heißt, die Gefühle werden stärker, die Freude wird intensiver, das Essen, du schmeckst es mehr und dann brauchst du vielleicht nicht mehr so viel zu essen und was du noch tun kannst und danach kommt die Meditation, die schubsen mich schon richtig, also dann kommt die eigentliche Lichtkörperaktivierung. Was du noch tun kannst, ist Lichtwesen beauftragen. Das heißt übersetzt. Angenommen, du bist bei der Arbeit und deine Freundin ruft dich am Telefon an und ist total aufgelöst und weint und hat Probleme und du bist bei der Arbeit und hast keine Zeit für sie, dann kannst du ein Lichtwesen beauftragen, geh du zu meiner Freundin und beruhige sie. Oder wenn du Fernbehandlungen ausübst und du hast gerade keine Zeit auf was für einen Grund auch immer, da kannst du sagen, ich mache dir eine Fernbehandlung jetzt sofort. Dann beauftragst du das Lichtwesen, geh du da hin, ich hole es später nach. Egal, um was es geht, du kannst ein Lichtwesen, es ist egal, was wäre, du kannst es beim Namen nennen, du kannst auch nur sagen, das Lichtwesen, das jetzt gerade bei mir ist, geh du da hin, mach du für mich und sie tun dann auch. Gut. Wasser trinken ist natürlich immer wichtig. Wir starten jetzt mit der Meditation. und die dauert vielleicht so eine Viertelstunde, zehn Minuten, keine Ahnung. Wenn dir in dieser Meditation etwas schwindelig wird, absolut okay, erde dich, lass Lichtstrahlen aus deinen Fußsohlen kommen. Wenn dir ein bisschen übel wird, keine Angst davor, atme. Und es beruhigt sich sofort, weil die geistige Welt weiß und sieht, was du gerade brauchst. okay, alles ist gut. Und wenn Freude hochkommt und die Tränen fließen, dann lass sie fließen. Wir starten jetzt. Stille In der Stille liegen die Antworten, das Weiterkommen, dein ganzes Sein, die Ruhe, die Kraft an sich, gedankenlos sein dürfen. Ich bin, der ich bin und ich begleite dich nun durch diese intensive Lichtkörperaktivierung, die wir in der achten Dimension durchführen. So bitte ich dich, lass Lichtstrahlen aus deinen Fußsohlen kommen oder Wurzeln, je nachdem, mit was du dir leichter tust. Noch tiefer, sende sie tiefer hinab, hinein in die Erde, verästel sie dort. Tu du das. Das braucht dein geistiges Team nicht mehr tun. So ist es gut, so ist es gut. Atme tief ein und aus. Ich bin die Christusfrequenz und du hast bejaht, diesen Weg zu gehen, weil du wusstest, dass es wichtig ist, nicht nur für deine Weiterentwicklung als Mensch, sondern auch für dein geistiges Sein, das du bist, für die Seelenentwicklung deiner, aber auch um dienen und helfen anderen, Menschen, Tiere, Pflanzen, für was auch immer du hier auf die Erde gekommen bist, zu helfen. Du hast einem inneren Ruf gefolgt und bejaht. Der freie Wille des Menschen geht stets vor. So kannst du nun etwas weiter vorne einen Lift erkennen. Siehst du ihn? Wenn du diesen Lift nicht sehen kannst, stelle ihn dir vor. Ist das ein Lift, den du aus einem Hotel kennst? Oder ist es ein mystischer Lift? Oder besteht er überhaupt nicht aus Materie, sondern nur aus Licht, aber du weißt, dass es ein Lift darstellt, ein Lift ist? Ein goldener Weg führt zu diesem Lift hin und ich bitte dich ganz langsam zu diesem Lift hinzugehen, denn mit jedem Schritt erhöhst du schon deine Energie. Mit jedem Schritt geschieht etwas mit dir, deinem Körper. Der eine oder andere spürt Wärme an den Fußsohlen und Kribbeln. Der eine oder andere von euch spürt an den Handflächen, wie es arbeitet. Alles darf sein. Der eine oder andere spürt dein Herz klopfen. Das ist Freude, lass es da sein. So ist es Gott. Beim Lift angekommen siehst du einen Knopf, den ich dich bitte zu drücken und die Türe öffnet sich, der Lift geht auf. Nun tritt hinein und du spürst eine leichte Energieveränderung. Du spürst, es wird ruhiger, du fühlst dich geborgen, ja vielleicht sogar eine gewisse Vorfreude da ist, obwohl du noch gar nicht weißt, was da auf dich zukommt. das fördert dein Urvertrauen und du bist mutig, dich auf etwas einzulassen, wo du als Mensch nicht weißt, was kommt, aber deine Seele weiß es natürlich. Dein geistiges Team ebenso. Solltest du nicht hier sein, hättest du viele Behinderungen, Blockaden oder sonstiges erlebt, du könntest gar nicht hier sein. Alles darf sein. Und du siehst nun im Inneren des Liftes drei Knöpfe. Ich bitte dich, dass du den mittleren Knopf drückst. Die Türe schließt sich. Es ist hell in diesem Lift, aber ein angenehmes Licht. Und der Lift setzt sich in Bewegung und führt nach oben. Bist du noch allein in diesem Lift? Oder kannst du da noch ein weiteres geistiges Wesen erkennen? Oder fühlen, dass da noch jemand ist? Und wenn du alleine bist, ist dieses vollkommen in Ordnung? Höre auf das, was du siehst und fühlst und nicht auf das, was ich dir sage. Denn so wie du empfindest, ist es gerade richtig für dich. Ich sage nur, was sein könnte. Verstehst du? Ups, der Lift bleibt stehen, ganz ruckartig und plötzlich. Das hat damit zu tun, dass du gesammelt wirst. Denn du hättest dich selbst beinahe verloren. Du wärst noch weiter nach oben gegangen. Stopp, jetzt hier sind wir richtig. Und zwar sind wir hier in der vierten Dimension. sind wir dann nicht eine Stufe zurück gegangen von der fünften Dimension, in der wir uns oft befinden, in die vierte oder haben wir uns erhöht von der dritten in die vierte Dimension? Lass es dir zeigen. Schalte nicht deinen Kopf ein. Die Türe öffnet sich und du darfst hinausschauen, nicht hinausgehen. Auch den würdest gerne hinausgehen, bleib hier, schau hinaus, denn du bekommst ein Geschenk überreicht, das du damals in der vierten Dimension vergessen hast. Es kann sein, dass du eine Hand siehst, die dir etwas überreicht. Es kann sein, dass du ein Mensch siehst, den du kennst, der dir entgegenkommt und dir etwas bringt. Es kann sein, dass du etwas an der Fußschwelle siehst, das du entgegennehmen kannst. Es ist ein Geschenk für dich. Und wenn es dir noch so komisch erscheint, was du da erhältst, nimm es an. Wenn es in dir Nein sagt, das will ich nicht haben, dann lass es draußen und wiederhol diese Meditation, vielleicht nimmst du es später dann an. Es ist kein Muss. Der freie Wille des Menschen geht stets vor. Die Türe schließt sich wieder. Und du drückst den oberen Knopf. Und es geht weiter nach oben. Weiter nach oben. Und jetzt bleibt der Lift sanft stehen. drück hier den Knopf. Und dein Licht kommt dir entgegen, das dir am Anfang vielleicht etwas unangenehm ist, weil es vielleicht zu hell ist, aber bitte schau geistig trotzdem, halte dein geistiges Auge trotzdem offen. Du gewöhnst dich recht rasch an diese hohe Frequenz, denn du bist hier geboren. Ich bitte dich, dass du hinaustrittst. Der eine oder andere von euch kann einen Weg erkennen, auf den du nun dich stellst. Und du kannst schon fühlen, dass du erwartet wirst, voller Vorfreude ist da jemand oder viele, die freuen sich auf dich, du spürst, dass da jemand ist. Gehe diesen Weg entlang oder geh einfach ein paar Schritte nach vor und du kannst weiter vorne ein Thron erkennen, ein Stuhl, der etwas in der Höhe sich befindet. Königlich stellt er sich dir dar oder wie auch immer du ihn wahrnimmst. Ich bitte dich, gehe zu diesem Thron hin. Vielleicht sind da ein paar Stufen. Geh hinauf, trau dich, spür diese wunderbare Energie und setz dich auf diesen. Du hast es erreicht. Du bist erfolgreich im irdischen Dasein wie auch in der geistigen Entwicklung. Setz dich ruhig und dein ganzer Körper menschlich wie energetisch lädt sich auf. Es kann sein, dass du überall ein Kribbeln spürst. Es kann sein, dass du einfach tiefen Entspannung spürst. Es kann sein, dass gewisse Handicaps in deinem Körper sich verändern. Es kann sein, es kann sein, es kann aber auch gar nicht sein. Hab keine Erwartung. Seid dir sicher, dass dieser Thronstuhl dir dient. Er erfüllt nur die Lichtkörper Aktivierung für das, was er da ist. Und jetzt kannst du auch die geistigen Wesen sehen, die dich freudig begrüßen, die vor diesem Thronstuhl stehen. Vielleicht siehst du da Menschen oder wen auch immer, die dir zujubeln, ja wahrlich ein Fest feiern. Denn du bist es wert, absolut. Der eine oder andere von euch riecht jetzt sogar Blumen. Der eine oder andere von euch nimmt etwas wahr, das du aus deiner Heimat kennst. Der eine oder andere von euch ist tief berührt und wiederum jemand anderer absolut neutral. Alles darf sein, alles ist richtig. Atme zwei, drei Mal tief ein und aus. Atme zwei, drei Mal tief ein und aus. Und dann steh wieder auf. kann sein, dass du spürst jetzt, wie es schwankend ist oder dass du schwebst oder etwas ist anders. Dein geistiges Sehen hat sich gewandelt, die Lichtkörper Aktivierung ist vollkommen vollbracht und auch wie Sandra vorher erwähnt hat, leicht versiegelt. Dies wirst du erkennen können auch in deinem Alltag, der sich da oder dort erleichtert zeigen wird. Du gehst nun wieder langsam zum Licht, Lift, Licht, Lift, zurück. Drehst dich noch einmal um, bevor du einkehrst in diesen Licht, Lift, verneigst dich, bedankst dich und kehrst in den Lift zurück. Zu lange in dieser hohen Energie zu sein ist nicht gewinnbringend. Drück nun den untersten Knopf und der Lift setzt sich in Bewegung und langsam geht es nach unten. So ist es gut. Vergiss nicht zu atmen unten angekommen stoppt der Lift und die Türe öffnet sich von ganz allein und weißt du wer da wartet und dich umarmen möchte vielleicht sogar mit einem Blumenstrauß oder schau nach lass es dir zeigen vertraue deinem geistigen Sehen und genieße diese Umarmung oder diese Begrüßung oder diesen Willkommensgruß Ich Ich bin der Ich bin die Christus Frequenz deiner menschlichen Körper aus als das wer und wie du bist Vajos Suhei Danke Danke dir Öffne deine menschlichen Augen wann dir danach ist Vajos Suhei Danke Danke dir Hallo meine Lieben sehr gerne sehr gerne wie geht es euch denn die Brigitte fand es toll die Renate bedankt sich auch an alle schön wundervoll war ein Stück komplett weg kann ich mir vorstellen dass wirklich ein raus kippen aus dem sein sein kann 222 teilnehmen fast fast ich habe schon 223 engels zahl doppel zahl wunderschön okay also es geht euch gut bezaubern sogar sagt die tina ja das freut mich sehr schau mal was es mit dir im alltag macht hilfreich wäre vielleicht sogar ein kleines tagebuch zu führen weißt du dass du die unterschiede spürst was es mit dir macht das braucht ja nichts großartiges sein ein paar stichworte sind ausreichend dann kannst du ein bisschen deine eigene entwicklung besser befolgen die dagma hat am ganzen körper ein kribbeln gespürt ja ich auch mich hat es manchmal durchzogen das war richtig interessant ja 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 ok moment mal sie sagen das kribbeln das hat nicht nur damit zu tun mit wohlgefühl oder mit mit aha also das da reden wieder zwei drei auf einmal dadurch dass der licht körper natürlich aktiviert wird erzeugt es auf unserem größten organ das wir haben das ist natürlich die haut eine gewisse frequenz und eine gewisse schwingung und das kann dann wie so ein frösteln hervorrufen ja ok ich möchte jetzt noch auf die nebenwirkungen eingehen damit du diese auch kennenlernst die sogenannten lichtkörper symptome die in den kommenden tagen in erscheinung treten können muss aber nicht sein also an erster stelle steht mal die schlaf störung in anführungszeichen kann sein dass sich dein schlafrhythmus verändert kann sein dass du mehr oder weniger schlaf brauchst es kann sein dass du im alltag plötzlich müde wirst jetzt bist du bei der arbeit und wirst plötzlich müde und trinkst einen kaffee und nutzt nichts was da helfen kann ist geh doch mal kurz auf die toilette atme zwei dreimal tief ein und aus und gib deinem geistigen team den auftrag sie sollen dich mit energie füllen wir vergessen oft dass wir unser geistiges team auch darum bitten können ich brauche jetzt sofort mehr Energie ich muss jetzt sofort wach sein dann geschieht das dadurch dass du den lichtkörper jetzt aktiviert hast geschieht vieles rascher und einfacher also denk daran oder ja 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 und wenn es natürlich geht dann leg dich hin ruhe dich aus so ein kurzes augenschließen drei vier minuten reicht schon aus und am abend in der nacht kannst du dann trotzdem sehr gut schlafen oder auch nicht kann sein dass dir drei vier stunden ausreichen dann wundere dich nicht und genieße einfach den verlängerten tag aber da kommt dann schon wieder der normale rhythmus rein mehr essen das ist das was ich am Anfang auch angesprochen habe das hat damit zu tun dass dein Körper jetzt mehr zu tun hat dein Stoffwechsel aktiver ist und jetzt braucht dein Körper mehr zu essen wenn du das Bedürfnis hast nach Fleisch oder Chips oder Cola obwohl du das vielleicht nicht mehr isst ich bitte dich gönne es dir zwinge zwinge nicht etwas nicht zu essen wenn es gerade jetzt in dieser Phase dein Körper benötigt du wirst sehen es tut nichts mehr mit dir auch wenn du eine Cola trinkst du wirst sehen dass dein Körper damit umgehen kann so komisch das jetzt auch klingen mag aber manchmal braucht unser Körper alte Gifte Cola um Gifte im Körper zu verändern auszugleichen ok also wundere dich nicht wenn da komische Gelüste hochkommen muss nicht sein dass du deswegen schwanger bist ok oder es kann auch sein dass du gar keinen Hunger hast gar nichts essen magst dann es können extreme Freuden hochkommen ich von mir da bin ich beim einkaufen oder einfach mit dem auto unterwegs und plötzlich laufen mir die tränen runter weil ich mich so extrem freue obwohl ich gerade was total alltäglich mache dann lass es da sein das ist einfach ein hochkommen von einer Frequenz deiner Seele Lärmempfindlichkeit das spüre ich auch noch immer noch bei mir haben sie die Lichtkörper Aktivierung schon vor ein paar Tagen durchgeführt sehr lärmempfindlich wenn du vielleicht in den Supermarkt gehen musst aber den Lärm obwohl im Supermarkt ist es nicht immer laut ich gehe sowieso immer schon gleich am Morgen früh dann scheue dich nicht Ohrenstöpsel reinzutun damit du den Lärm oder auch sonst wo wenn es ein bisschen laut ist wundere dich nicht wenn du nichts verträgst das legt sich auch wieder Wahrnehmungsstörungen können auftreten das hat eben mit dem geistigen Sehen zu tun und im Grunde sind das dann keine Wahrnehmungsstörungen sondern es geht gehen Türen auf die geistige Welt zeigt dir was Neues ich hatte da mal vor kurzem jemand bei mir und die Dame hat mir erzählt ich erschrecke mich wenn ich da so ein Gesicht sehe oder ich erschrecke mich wenn ein da kommt irgendjemand in den Raum aber ich sehe nicht wer es ist aber ich spüre da kommt jemand rein und das erschrickt mich wenn du erschrickst oder Angst hast dann sage zeige dich mir von vorn und ich bin mir zu 99 9% sicher dass dieses Wesen sich dir von vorne zeigt und du brauchst keine Angst haben du brauchst keine Angst haben also in diesen neuen geistigen Sehen brauchst du sowieso keine Angst haben das was sich da in dir zeigt oder aufwühlend zeigt ist die Körperangst aber eben auch dieses neue geistige Sehen okay die geistige Welt sagt das ist schon ausreichend ich soll da nicht näher darauf eingehen sie wissen schon wie sie mit dir umgehen ja vielen Dank sie wissen schon was sie dir zeigen können und was nicht also und du hast ja jetzt genügend Werkzeuge an deiner Seite die dir in diesen Lichtkörpersymptomen helfen können was noch ist ist vielleicht schwindelig dass dir da und dort ein bisschen schwindelig ist dann erde dich gut trinke Wasser und das Schwindel lässt sofort nach die die Tag hat schon drei vier Kilo abgenommen manche freuen sich darüber manche sagen ich brauche das Gewicht das kommt dann wieder dazu wenn du das Gefühl hast das ist zu wenig für mich das kommt wieder dazu keine Bedenken der Winter kommt ja will ich hoffen dann nimmt man auch gerne zu so meinst du das ja genau ach die Dagmar sagt zugenommen alles klar ja das stimmt also wenn der Winter kommt dann nimmt der Körper automatisch ein bisschen mehr zu das ist so eine Information die er über Jahrtausende sich angeeignet hat und dann lässt er das dann auch meistens wieder los wenn du dich wunderst dass ich immer so ein bisschen nach rechts schaue ich folge auch den Kommentaren und manchmal manchmal nicht hallo ihr lieben Seelen ich bin gerade erst reingekommen gibt es eine Aufzeichnung natürlich liebe Sanja absolut auf Fragen kann ich heute nicht so gut eingehen weil wir haben heute nicht so viel Zeit zur Verfügung ansonsten gehe wenn aber irgendwas dringendes ist kannst du das nachher unter das Video schreiben also ich werde das dann auf YouTube posten und dann kannst du da die Fragen reinschreiben die dich beschäftigen zu guter Letzt kommen nochmal die Karten in Aktion diese Karte kenne ich nicht so gut es gibt da natürlich noch ein Abschluss Channeling ganz klar und zwar habe ich Ophanim Rasiel Ophanim Rasiel ich kenne diese Karte nicht wirklich und ja ich mache jetzt einfach mal ein Channeling damit und dann schauen wir was passiert das sind übrigens Karten von der Shan Ruland die lichte Kraft der Engel die sind schon uralt ich glaube die sind schon 20 Jahre alt uralt ja nur zur Information gut ich passiert die Vielschichtigkeit die Vielseitigkeit von dir selbst lernst du durch diese Energiefrequenz kennen du brauchst dich mit diesen Karten nicht beschäftigen du brauchst dich nicht mit diesen Symbolen beschäftigen denn es geschieht sehr vieles auf energetischer Ebene alles strömt zu dir alles ist bei dir durch die Allverbundenheit da und dort dir noch die getrennten Gedanken pflegt können sich lösen auflösen verändern und gehen immer mehr in die verbindenden Gedanken hinein dadurch spürst du immer mehr die Allverbundenheit auch das Wirbewusstsein das beruhigt dich enorm das stärkt dich enorm dein geistiges Team das um dich herum ist führt dich nein nicht mehr dein geistiges Team begleitet dich und macht dir Vorschläge von dem einen oder anderen entscheiden tust dann du was du möchtest oder erfahren oder erleben magst denn du bist irdisch du bist Mensch und du entscheidest du kannst keine falsche Entscheidung mehr treffen auch wenn dein Kopf manchmal sagt das war jetzt falsch oder ich hätte mir da und dort leichter getan alles ist richtig wie du es handhabst absolut hör auf dich zu rügen oder deinem inneren Richter zu glauben glaube dir und deine Entscheidung wenn du dir schwer tust im Entscheidungen treffen dann lass dir Zeichen senden von von wem auch immer deinem Schutzengel deinem Geistführer deiner Seele oder deinem Zukunfts-Ich Sandra wir bitten dich noch dass du darauf eingehst auf dein Zukunfts-Ich diese Karte unterstützt dich in deiner Entwicklung in deiner Vielseitigkeit und Vielschichtigkeit das heißt auch übersetzt dass neue Möglichkeiten sich dir in deinem Leben auftun können wenn du magst Danke dir Parton Channeln ist ganz anders als ein geistiges Wesen zu channeln da bekomme ich viel mehr mit also ich würde sagen da bekomme ich fast 50-60% mit also ich höre oder sehe viel viel mehr was da geschieht als wenn ein geistiges Wesen meinen Körper in Anspruch nimmt sie haben gesagt ich soll auf das Zukunfts-Ich eingehen inwiefern wie meint ihr das denn jetzt okay also in den letzten Tagen hat 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 sich immer mehr mein Zukunfts-Ich gezeigt ich wusste erst gar nicht wer das ist oder was ich damit tun soll und es war immer da und es sah wirklich ähnlich aus wie ich und ich wusste da ist eine Verbindung und ging dann wieder kann auch sein dass dir das dann in deinem Traum begegnet dass du dich eigenartig verbunden fühlst mit diesem wer sich da auch zeigt wer auch immer sich da dann zeigt ja und dann hat das jenige mit mir begonnen zu sprechen erst hat es mich angelächert und dann wusste ich könnte irgendjemand oder etwas aus der Zukunft sein aber im Grunde ist natürlich alles im Jetzt in der Gegenwart und dieses Zukunfts-Ich ging dann auch in mich rein das ist erst gestern passiert dadurch dass dieses Zukunfts-Ich jetzt in mir ist kann ich nochmal anders agieren handeln und dir Informationen weitergeben weil ich weiß ich weiß natürlich überhaupt nichts im Grunde weil ich es aber irgendwie weiß was denn da kommt oder wie sich die Menschheit entwickelt oder wie du dich entwickelst oder es ist ein bisschen schwierig in menschlichen Worten zu erklären aber wenn du das auch fühlst oder erlebst weißt du von was ich spreche die menschliche Sprache das sind Symbole von Symbolen Worte sind Symbole von Symbolen und das ist ein bisschen schwierig darum entwickelt sich bei sehr vielen Menschen viel mehr die Telepathie und das geistige Sehen denn in der Telepathie gibt es keine Missverständnisse mehr die Sprache hat einfach noch viele Missverständnisse aber ja hat auch sein Sinn absolut dann daraus lernen wir ja oder wenn da irgendwas ist was wir missverstehen hat das mit uns zu tun hat das mit einem anderen zu tun und wir lernen daraus gut irgendwo habe ich da noch kurzen Kommentar gelesen friere jetzt total und muss die ganze Zeit niesen bin aber nicht erkältet wenn du jetzt natürlich frierst dann ist das die hohe Energie oder wenn die heiß ist auch das hat mit der Energie veränderung mit der intensiveren berührung deines lichtkörpers zu tun ich mache jetzt noch ein abschluss channeling für dich okay jetzt kommt jemand ganz anderer wow den habe ich ja schon ewig nicht mehr da gehabt ja welch Ehre okay das freut mich jetzt derjenige stellt sich dir dann auch gleich selber vor gut ja okay bitte das freut mich jetzt ein geistiges wesen das ich bin das du sehr gut kennst hallo ich begrüße dich ich bin einer der aufgestiegenen meister und mein name ist san ich bin zuständig für die fülle eures daseins für das mangelverändern eures daseins die welt verändert sich enorm und zeigt immer wieder dir mangel da und dort du zeigst dir selbst da mangelst und dort mangelst und darin habe ich und nicht nur ich viele andere wesenheiten den auftrag die auflösung dieses durchzuführen und weißt du warum ich mich so freue weil es viel leichter geht seit du den licht körper aktiviert hast aber nicht nur für dich sondern für sämtliche deiner mitmenschern das was du bei dir veränderst und tust tust du auch für deine mitmenschern für den einen mehr für den anderen weniger alles geschieht angepasst für denjenigen für des jenigen ich bin Saint-Germain und ich weiß wie es sich anfühlt Mensch zu sein auch ich bin durch viele Transformationen hindurch gegangen aber ich habe stets Fülle gelebt ich kann dich lehren unterrichten in diesem Bereich wenn du magst wenn du dieses erwünschst bitte mich in dein Leben der freie Wille des Menschen steht geht vor und du entscheidest wer an deiner Seite zu sein hat wen du an deiner Seite haben möchtest solltest du nicht wissen wer zu dir passt dann kannst du natürlich auch aussprechen wählt wer am besten zu mir passt in meiner augenblicklichen Situation und auch das geschieht doch denk daran du kannst entscheiden wer da da ist ich freue mich sehr dich begleiten zu dürfen auf diesem Weg war just so hey danke danke dir Fülle kommen können die in uns beginnt und dann auch im Leben zeigen wird vielleicht magst du beim nächsten Webinar mit dabei sein da ist nämlich die Fülle absolut im Vordergrund weil wenn du die Seelenkraft lebst und entwickelst entwickelst du auch die Fülle so dass es für dich passend ist das heißt nicht dass du von heute auf morgen steinreich wirst absolut nicht weil damit könntest du gar nicht umgehen sondern eben so dass es für dich passend ist ja meine Lieben ich bedanke mich bei euch für eurer Zeit für euer Vertrauen für euer hier sein und wünsche alles alles Liebe bis zum nächsten Mal wir sind am Ende angekommen und du spürst schon wie die Energie sich verändert es setzt sich senkt sich gerade ziemlich mal zumindest so empfinde ich das ein Stündchen jetzt ist vollkommen ausreichend sonst wäre das zu viel an Information und Energie Übertragung ich bedanke mich bei dir wünsche dir alles Liebe bis zum nächsten Mal tschüss tschüss